Ich kann gerade auch nicht rennen. Ach schade Leute, was soll das denn sein? Ein Brotkasten? Okay, dann gehen wir doch da rein. Laufen können wir ja nicht mehr. Waffe wechseln können wir auch nicht. Schießen auch nicht. Du bleibst draus. Hmm, guck mal an. Da sind hier so Surgery-Dinger. Cool, da ist noch ein Doktor. Da bin ich ja mal gespannt. Der kann doch auch reden. Ach, plötzlich ist er in Ordnung. Wofür sind wir dann da hin? Die Embryo will extract fluid und nutrients from the host to construct a Placenta, but it's not like a human's. The Placenta is like a weed rooting itself into every organ in a chest cavity. Look, even if you could surgically remove the Embryo, the Placenta is like a cancer. Your organs will begin shutting down one by one, and then just... So take off all your clothes. It's okay. Just... Close your eyes. You get that Marine? You promised. Get everyone off the planet. Oorad Ashes fell. Jawohl. Das ist doch voll niedlich. Nein! Drecksack. Babymörder. Tja, irgendwie so emotional fand ich das gerade nicht. Aber wahrscheinlich auch, weil jeder weiß, was passieren wird. That was our agreement. Wow. Sulaco Actual. This is 2-1 with an update. If you read. Ormiel, Jesus, where have you guys been? What happened with Bella? Dies frühstück. Das ist ein negativer, in actual. We did not meet our mission parameters. The subject... The subject didn't make it. Requesting hostage extraction parameters. Over. Are you sure you... Just give us the damn order. Serious. Understood 2-1. The captured marine is being moved to a way you APC in the interior of the compound. You'll need to temporarily disable the power module to create a distraction. Don't get killed doing this. No promises. 2-1 out. My promise, Mr. Bella. Wir haben unsere Missionsparameter verfehlt. Aha. So nennt man das dann also. So, so. Ja, komm mal rein hier, Junge. Können wir noch ein bisschen Rüstung absnacken. Guck mal, eine intakte Eier. Natürlich, Google sicher. Sollen wir uns nicht hier auf einen von den Anzügen anziehen? Oder zumindest die Tür zu machen? Kommst du mal mit? Machst du denn da vor Ort? Ach, die Scheiße Tür auf. Was ist denn mit den Viechern hier? Wenn die gerade noch rumforschen, leben die doch bestimmt noch. Hallo. Darf ich dich behalten? Die sehen schon ganz schön ugly aus. 1, 2, 1, 2, 1. Wenn so ein Viech auf einen zukommt, dann scheißt man sich da schon freiwillig in die Hosen. Ekelisch. Endlich wieder Shotgun-Rounds. All right, wir sind in. Und diese sind Wissenschaftler, nicht Soldaten. Wenn sie auf uns fallen, schieben sie runter. Hallo, die schießen wir doch bestimmt sowieso alle ab. Hallo. Ach, der Shootting war nicht, so der brennt. Na, guck mal an. Versuchsobjekte. eine menge versuchsobjekte mit röntgenbildern cool moment kann überhaupt nicht sein ach komm schon ich wollte hier noch ein bisschen gucken das kann doch wohl nicht wahr sein ein bisschen die schönen texturen genießen okay das nicht aber ich wollte wirklich mal ein bisschen rum gucken hier jetzt wieder nicht kommen dann immer die beine an die gröner Ja, du wiederholst dich. Da liegen noch mehr. Hm, Puls Rifle. Hatsons Puls Rifle. Macht die jetzt irgendwie mit Damage oder so? Egal. Ich will dir doch nur helfen. Hm. Da stimmen zumindest die Bilder. Aber das hier, Leute, das kann wohl nicht sein. Die schmeißen den Müll einfach irgendwo hinter. Sind hier keine Dock-Tags oder so ein Quack? Ohne Spaß, die armen Leute. Das sind doch alles Klone. Voll die gute Idee. Einfach mal in den Raum reinrennen. Was sagt denn der Tracker so? Hilo? Stimmt. Ah, das behalten wir vielleicht nochmal. Wir sind sowieso voll. Ja, die haben es wohl hinter sich. Welchen denn? Wo sind denn da überhaupt welche? Da? Da? Guck mal. Zwei. Ich nehme den linken und den rechten. Alles klar? Nee, du kommst da nicht dran. Hahaha. Das war knapp. Was ist das denn? Ach so, guck mal an. Die haben die auch eingefangen. Die, die frisch geborenen. Die Würmchen da. Aha. Also irgendwie fände ich das ja schon mal interessant, in so ein Labor da reinzugehen. Mhm, mhm. Tja, nur die Texte sind ein bisschen eintönig. What? Movement? Keine Dock-Tags versteckt, Audio-Logs, sonst was? Nein. Na, ist die Tür wieder nicht zugemacht, O'Neill. Ach, komm. Fick dich. Oh. Leute, ich habe echt gedacht, das wäre einer und dann ist der mir in den Schuss gelaufen. Das ist so perfekt gelaufen. Das hat mir die Macht gesagt. Ah, sehr schön. Shotgun-Rounds. Wichtig, wichtig gegen Aliens. Wo müssen wir hin? Da nach links. Das heißt, wir gehen hier lang. Na, hier stehen noch keine Namen drauf. Das heißt, wir können hier... Oh, was ist das denn? Full. Okay. Jetzt können wir von mir aus weitergehen. Oh, da. Da habe ich gedacht, ich habe noch Kanaten mehr. Verstecken ist hier nicht. Voll den Wallhack. Hm. Open fire! Also ganz ehrlich, ich würde ja in solchen Räumen jetzt nicht unbedingt anfangen rumzuballern. Die sehen irgendwie noch nicht so ganz richtig aus. Okay, die Tanks sind leer, der Rest ist gleich. Haben wir hier irgendwas? Nee. Schade. Müssen wir da hin? Nee. Sehr gut. Rufmund? Rechts. Wobei doch, hier müssen wir wohl... Ja, so wie letztes Mal. Wollen wir denn da welche da hinten? Da. Okay. Klopfen wir vorher schon mal. Eins, zwei, ist da noch ein dritter? Da ist noch ein dritter. Guck mal an. Wo ist der Alarm? Da. Kein Problem. Aha. Hier zerlegen die die Fischer also. Guck mal, der hat gebisst gerade genauso wie der Klopp. Der kann halt auch irgendwie... Ah ja, schön. Und alles schön für YouTube aufnehmen. Das ist voll gut. Warte mal hier. Ach, die Tür ist eh zu. Oh, Hallöchen. Hallo. Leute. Leute. Guck. Guck. Guck.